Heute spielen wir Minecraft und Minecraft will ich auch fortführen zu spielen. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Folge, sondern wahrscheinlich mehrere. So, ich gebe hier gerade den Seed, auch den Startwert genannt, ein und erschaffe die Welt, die den Namen Let's Play trägt. So, richtig. Wir spielen mit den Einstellungen, dass die Monster aus sind und ich habe gerade erfahren, dass das neue Update rauskommt und jetzt habe ich mir gedacht, komm, bau dir vielleicht ein Baumhaus und gleich ein Sapling bekommen. Bau dir dann ein Baumhaus und benutze diese Welt. So, als erstes fähren wir uns Holz. So, ich habe gar keine Sounds an. So, jetzt schon. Und ich würde sagen, ich baue mir jetzt das Achtung. So, jetzt können wir uns eine Spitzer gebauen und eine Acht. Dann noch. Und dann fähle ich Diesen Busch. Und aus diesem Holz baue ich mir Sticks und aus den Sticks, also Stöcken, baue ich mir jetzt eine Schaufel. So. 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 Ups. Und gehen hier mal rein. Oh, ist ganz schön dunkel. Ich mach mal meine Helligkeit ganz hoch. Ups. So. Aha, hier geht's weiter. Moment. Ja. So. Na, da haben wir. Was ist das? Aha. Ich hab noch nicht genügend Stein. Jetzt schon. Gut. So, in die Steinspitze, ey. Dann. Oh, da bellt gerade mein Hund. So. Ähm. Bauen wir das Eisen ab. Au, 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 au. Oh, ich ziehe fast nichts. So. So. So, wir holen uns die Kohle, die hier oben hoffentlich war. Wo war die? Irgendwann, oder? Nee. Nein, ich hab kein Holz mehr dabei. Doch. Gott sei Dank. Ähm. Hä? Ich hab Holz. Ups. Nein. So. Hä? So. Ich hab Holz. Ach nein. Ich brauch ja zwei. Oh, Mann, Leute. Fail. Ich muss nochmal rauf. Tja, fail. Ah. Sehr gut. Ja, ich spiele Minecraft auch auf dem Computer. Auf einem Windows Computer. Und, ja, es ist eben doch ganz anders. Da jetzt auch ein neues Feature eingefügt wurde, das, beziehungsweise welches, ähm, wäre es das Rudern mit dem Boot erschwert, beziehungsweise erleichtert. Ähm, man weiß ja nicht, ähm, wo, warte ich, man weiß ja nicht, wie es für denjenigen davor war. So. Jetzt da. Ähm, hol ich mich ja einmal einen Block. Oh. Shit. So. Äh. So. Aus Kohle können wir Fackeln machen und den Ofen befeuern. Ja, der Anfang ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber, das lässt sich nicht ändern. Aller Anfang ist schwer. So. Jetzt haben wir dann auch schon Kohle. Ja, Microsoft hat ja Minecraft aufgekauft, ist ja schon länger her. Und deswegen kommen die Updates auf Windows Phone jetzt auch häufiger und schneller. Oder auch öfter, sagen wir mal. Fackeln. Okay, hier bin ich reingekommen. Crafting Table habe ich. Gut. So. Ähm. Als nächstes werde ich mir einen Ofen machen, wenn ich die Höhle durchstöbert habe. Und werde mir dann Essen durchschmelzen, damit ich mir eine Essensspitze machen kann. Ja. 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 Oh mein Gott, ein Spawner. Räuchte die Monster auch wirklich aus. Ja. Leute, ich habe einen Spawner gefunden. Also Minecraft am PC habe ich hier auch schon mal gespielt. Habe auch einen Spawner gefunden. Aber Leute, ganz ehrlich. Ich loote die Beste. Einen Eimer. Jawohl. Essen. Eisen. Gunpowder. Und was looten wir noch? Ist ja klar. Genau. Die Tool. So. Ja, läuft doch, würde ich sagen, oder? Also, wenn man so viel Glück hat. So, schön ausleuchten, damit ihr auch was seht, beziehungsweise auch ich. So, und wir haben auch richtig viel Eisen. Ich habe mir die Weltwoche angeschaut, aber da war definitiv, bin ich nicht unter die Erde gegangen. Ich habe nur ein Feature ausprobiert, neues, und zwar eben, ja, das neue Feature mit den Booten. Ja. Leute, scheiß auf falsche Auge. Aua. So. Okay. Kein Eisen. Oh, unnötig. Ich würde sagen, ich crafte mir jetzt mal schnell einen Ofen. Oh, ich könnte mir sogar schon einen Bogen machen. Ich crafte mir mit einer Schaufel. Achso, für Ruder. Ja, ähm, oder eine Eisenschaufel. Nein. Also. Nein. Oh, wie unnötig. Also. Und zwar craften wir jetzt einen Ofen. So. In den Ofen tun wir Kohle. Und zwar so. Ähm, einfach mal alles. So. Dann haben wir 15. Mit einer Kohle schmilzt man acht Eisen durch. Das heißt, wir brauchen zwei Kohle. Ja, eine Kohle ist schon weg. Die brennt schon. Und jetzt, da heißt es erstmal warten. In der Zeit erkunde ich jedoch schon mal weiter. Irgendwo war es. Moment. So. Leute, ich würde sagen, das wäre es auch schon zuerst, das wäre es auch schon schon mit der ersten Folge. Ich nehme jetzt gleich nochmal eine auf. Also bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.